Was ist die Jugendgruppe in der Bibel? Wir sehen zwei andere Gruppen an, die wir haben, nämlich einmal die Familie und andererseits die Gemeinde. Die Familie und vor allen Dingen die Eltern haben nach 5. Mose 6 den Auftrag, ihre Kinder in der Gottesfurcht zu lehren, sie vorzubereiten, ihnen Gott lieb zu machen. Und andererseits hat die Gemeinde den Auftrag, den ganzen Generationen das Evangelium weiterzugeben. Wir sehen also, es gibt die Familie und die Gemeinde und die Jugendgruppe, die ja nicht erwähnt wird in der Bibel, sie hat den Zweck, die Familie als auch die Gemeinde dabei zu unterstützen, die nächste Generation mit dem Evangelium vertraut zu machen. Das Evangelium wird gerade innerhalb der Gemeinde wiedergespiegelt, wenn alle Generationen dabei sind. Paulus sagte in Epheser 2 und in Epheser Kapitel 3, dass das Evangelium, die Weisheit Gottes in der Gemeinde sichtbar wird, indem Gott Gruppen vereint, die nie miteinander was zu tun hätten, Juden und Heiden. Und wir können diese Weisheit Gottes widerspiegeln, indem wir diese verschiedenen Generationen in einer Gemeinde vereinen, gemeinsam unterwegs sind. Und wenn Jugendgruppen genau das erfüllen, nämlich, indem sie Familie unterstützen, das Evangelium in den Familien weiterzugeben. Wenn Jugendliche innerhalb der Gemeinde da sind, dazugehören, Teil der Gemeinde sind, wird damit das Evangelium wiedergespiegelt und die Weisheit Gottes wird sichtbar gemacht. Die Aufgabe der Jugendarbeit ist also, die Familien zu unterstützen in ihrem Auftrag, das Evangelium weiterzugeben und sichtbar zu machen, dass alle Generationen zur Gemeinde dazugehören.